Reste, Mädchen, während du kannst. Sie ist weg. Is Mephisto already influencing her? Maybe she's gone to the vault. There's so many hatred. We can't lose Neyrell too. Come on. Who is he now? Yosef. Achso, the Lakai of Prava, right? What do you want? Ah. Step aside. I'm here for the Haradrim. Can it wait? I'm off to bury a friend. We'll dig his grave for you. Well, that's kind, but who will dig yours? Whoa, 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 whoa. It's not broken. It's not so done. vereinbart Ah, jetzt sind die auch noch gegen uns, super was At Gosglan, Donan deserves to be buried with his son. I thought the dead deserve nothing, while the living are in danger. Wise words. But I, I have a promise to keep. That's why you must ride north, ahead of me. If the cathedral doesn't have her yet, Narell might head for the vault. Find her. Once you're together, meet me at Doran's estate. Yes. Do you want to go back to Doran's estate? Yes. See you later. Get rid of me. Yelle Slavs With a secret. I have to go back to Doran's estate back. Nein, ganz falsch. Das klicke ich alles nur nicht das was ich klicken sollte. Critical luck, play've call, refund it, Damage. Wieder �-on. Ich nehme einfach den da raus und fertig. Habe ich hier neuen Staff bekommen, was mit blizzard nehme ich. der rest ist alles so gut dann auf geht's auf geht die wilde fahrt jetzt bei den gleichen weise zeit nicht weiter bei mir zeigt zwar anders dann wir müssen hier halt rein wenn ich hier umsagen habe ich jetzt völlig banane aber das kotz irgendwie wenn man ein wohl dass ich ausmachen hat immer einmal weit doch mal weiter mensch Ah, die Tür. Hallo? Du wirst mich verlassen, nicht wahr? Du findest einen Platz, wo ich ... ... kann ich mir ... ... geholfen werden. Was ist denn mit Dany'Rey jetzt los, Mensch? Das ist was ich erwartet. Aber wir geben uns nicht Hoffnung. Ich dachte, du wirst mich besser kennen. Ich bin meine Mothers Daughter. Wo es gibt einen Weg, es gibt einen Weg. Und ich werde es nach dem Ende folgen. Das Parchment ist in Horadric Runen, außer deinem Verständnis. Legacy of the Horadrim. Und? Wo ist sie jetzt? War's das jetzt, oder was? Nee, jetzt müssen wir wieder irgendwie in die Firebreak Manor. Also da oben hin. Jetzt ist es hin und her gespringen die ganze Zeit, oder wie? Wird schon. Jetzt hat sie wahrscheinlich... Das hätte man, glaube ich, in einer Katzin irgendwie abfrühstücken können. Hätte man, hat man aber nicht. Was haben sie sich dabei bloß gedacht? Hm. Warum höre ich nur ein paar Schritte? Warte mal, nicht den Alex ignorieren, der ist auch noch dabei. Ja. 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 Eben Ja. Ja. that's what i hold on to because there is so much further to go your imperfection gave me hope and we were needed to face what comes next Ich weiß nicht, dass ich ihn und seine Brüder bekomme. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort sein. Und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, dass du mit mir gehst. Ich weiß nicht, dass du mit mir gehst. Aber die Leute haben bereits zu sterben, weil ich nicht aufzunehmen war. Ich kann dich auch nicht riskieren. Ich weiß nicht, dass du mit mir gehst. Wenn ich mich nicht verletzt habe, der Welt braucht dich, um zu überleben. Und um die Fehler, die ich hinterlassen habe. Ich weiß, dass du das nicht willst. Ich weiß nicht, dass du das nicht verletzt hast. Aber du hast nicht verletzt. Nicht wieder. Ich wünsche mir gut, Marath. Denn wenn alles funktioniert, wie ich hoffe, wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß nicht, dass du mit uns wiedersehen kannst. Ich weiß nicht, dass du mit uns wiedersehen kannst. um zu unternehmen neue Herausforderungen über die Welt. Complete Whispers of the Dead, participate in Helltide und challenge yourself in Nightmare Dungeons zu gain valuable items und crafting materials to progress your character. Continue unlocking world-tiers to gain access to more features and powerful items. Wenn you are strong enough, face the echo of Lilith in the final world-tier. Oh yeah. Sure. Ich würde mal sagen... Das war's. Ich spreche mit Loras. Warte mal. Epilogue von der Wundspill. Complete Epilogue. Mal ganz kurz gucken, was er sagt hier. Mhm. Äh... Du weißt, was wir getan haben. Die Verlust der Fistow von Hell wird die Konsequenzen außerhalb unserer heutigen Verständnis. Oh, sehr gut. Do you think Sanctuary is safe now? Both Inarius and Lilith have perished in Hell. I couldn't begin to guess what that means for Sanctuary. There's no telling what creatures or phenomena might bleed from Hell. Closed gate or no. Something nasty knowing our luck. I just hope you're still with us then. Are we going to look for Nyrella? I wish we could. She's out there with a prime evil. But we've been instructed not to follow. Wouldn't even know where to start searching if we did. So, until we know more, we'll have to wait. I can't just sit idly by, waiting for word. No? Then what are you gonna do? Go after her against her will? No. You're right about Nyrella, friend. But there's still work to be done in Sanctuary. I'm going to the Tree of Whispers. Why would you do that? Because it might be our only ally left. And we may soon need allies more than ever. Fine. Go see the tree. But be very careful. Go. Go, that's he's we're going to the tree of the tree. But I would say, we're... What do we do now? What do we do now? What do we do now? We're going to the side quests to make and up to level? Or to see if we can go to 3 of the tree? also ich würde glaube ich in erster linie versuchen auf drei zu wechseln ja also wir können jetzt zum baum gehen ja schauen was der sagt und dann können wir für heute erstmal schluss machen erst wo ist denn der baum der baum ist immer das wort hier drei nightmare completed catherine of light capstone dungeon das ist das da ist der baum dann also runter nach ja und da zum baum ja ich hätte jetzt nicht dass wir heute die lille ist legen ich wusste nicht dass das da wirklich endstation dann ist krass aber jetzt ein wenig mit gerechnet auch stelle als gedacht war es ja weil wir zum schluss auch voll durchgepowert sind dann irgendwie wir haben ja dann wirklich auch die geschwindigkeit wirklich erhöht um einiges welcome savior you've stopped lilith free sanctuary of its supposed shackles i'm sure it's everything you were hoping for congratulations oh shut up rich always so talkative new flesh wonderer why are you here come to strike a deal my head stays where it is i'm simply looking for an ally we might be able to form an arrangement if it's not too beneath you debts need to be fulfilled you could claim them yes claim their debts in exchange we will provide you with power wealth whatever it is you desire yes yes meanwhile you will be the force of good curing sanctuary of its ailments we will be able to do the rest whispers of the dead icons on the map indicate active whispers and are only available for a limited amount of time each whisper rewards a number of grim favors upon completion you can track how many grim favors you have from the map when you when the bar is full return to the tree of whispers to claim a valuable cash of your choice ahja das heißt er ist mehr oder weniger ein ally weil er uns dann irgendwelche kisten oder truhen oder items gibt oder wie genau ahja ok super ja cool dann würde ich mal sagen war es das oder für heute richtig und dann gucken wir mal was wir danach machen und dann sammeln wir mal die nebenquests sein cool ja wir haben auf jeden fall das gelegt jetzt gibt es noch ein paar abschließende worte von alex und bis zum nächsten mal oh jetzt hab ich den ganzen tisch fast umgerissen ja bis zum nächsten mal bye bye haha 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 haha